Hallo liebe Muzzis, die den Podcast schauen oder hören und liebe Comedy-Fans unter euch. Und ich nehme jetzt mal an, das sind die meisten, wenn ihr den Podcast schaut oder hört. Und für alle Comedy-Fans, tolle Mitteilung, ich gehe wieder auf Solotour. Diese Saison startet bald und würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet. Mein momentan noch aktuell Solo-Standoff, das sind die letzten Termine, nachher ist es definitiv vorbei. Und es wird an einigen Orten noch vorgefeiert, sozusagen aufgefeiert. Zum Beispiel 29. September in Faduz, 5. Oktober in Chur, dann haben wir 20. Oktober in Hochdorf, Hoftere. Und 21. und 22. Oktober in Basel, einmaliges Best-Off. Das Best-Off aus 34 Jahren, so aus den letzten Programmen, was mir am liebsten gefällt, zusammentrummelt. Das wird sicher auch geil. 27. Oktober in Liss, 28. Oktober in Winterthur, 5. November in Rapperswil-Jonah, 11. November in Baden. Dann am 13. Januar in Rheinfelden-Aargau, 26. in Rorschach und 21. Februar im Bernhard-Theater Zürich. Endlich, 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 endlich das Solo in Zürich. 11. März in Altstetten, 16. März in Hollenstein, 17. März in Pfaffikon, Zürich. Und der Nieren ist dann am 25. März in Basel. Für diesen Termin und ein paar andere, könnt ihr auf meine Webseite www.joel-von-mutzen-becher.ch Und da gibt es Tickets zu all diesen Shows. Wird eine ganz tolle Sache, sind wie gesagt die letzten Termine mit deinem Programm. Und grossartiger Support ist auch immer dabei, entweder der Matteo oder an einzelnen Orten, jemand anderes, wie zum Beispiel Infadutz, der Moritz Schädler. Freut mich riesig, kommt vorbei www.joel-von-mutzen-becher.ch Bis dann! So, wie sieht's aus? Gut, du sitzt schon ein bisschen tief, habe ich das Gefühl. Ich sitz tief? Nein. Nicht, warte mal. Ja, ist gut. So gibt es gerade, muss ich runter. Nein, ich glaube, das ist okay. Ja, ist gut. Super. Ja, ist gut, wir können hier loslassen und loslegen. Also, legen wir los. Gut. Hallo. Hoi. Wie geht's dir? Super, danke. Super, das war's. Ich merke, ich bin schon umgekommen, auf der gestern Seite zu sein. Mhm. Ja gut, aber du machst ja eigentlich auch nicht mehr viel auf der… Ja, das stimmt. Nicht Gästenseite. Das stimmt. Wie nennt man das? Host-Seite. Ich mache wirklich wenige noch auf der Host-Seite. Mhm. Jetzt habe ich sogar den Spengler gehabt mit ein bisschen Herzblut ins Stadion und TV abgeben. Jetzt mache ich dem wirklich nicht mehr viel. Wirklich? Hast du mir nicht im Sommer noch gesagt, dass du das weiterhin machst? Ja, aber du weißt ja, wie die Pläne ändern. Natürlich. Sehr oft. Nein, es wäre nicht möglich gewesen. Das Leben besteht aus Improvisation. Genau. Der Plan geht nie so genau. Also, wenn man selbstständig ist, sowieso. Ja. Aber das finde ich auch schön. Also, ich finde das auch etwas Beruhigendes. Die Leute haben immer so gesagt, ah, selbstständig, oh, da machst du dir immer Sorgen und hast Existenzangst und so. Und ich habe das immer so, für mich ist es immer etwas Befreiendes gesehen. Also, ich finde auch, dass man die Freiheit hat und immer wieder die Chance hat, dass ich so anders einst klinke und einen anderen Zug mitfahre und so. Aber ich kann auch Leute verstehen, die das stresst. Ja, ja, hundertprozentig. Also, jetzt wirklich, ein Kollege, der kurz vor dem Selbstständig werden ist, der könnte es finanziell behaupten, jetzt mal gut, oder? Und er ist jetzt eher noch ein Sicherheitsmensch wie ich, oder? Ja. Weil ich habe mich innerhalb von fünf Tagen entschieden, selbstständig zu werden und er hat jetzt schon ein paar Monate, wenn nicht Jahre, überlegt er sich das schon. Und ich glaube, da ist man entweder einfach der Typ dazu, oder nicht. Ja. Und ich glaube, du kannst auf beide Typen nachher erfolgreich werden. Also, die, die sich das lange überlegen und die, die einfach Harakiri drehen können. Und ich glaube, du kannst es auch als beide Typen vermasseln. Logisch. Logisch. Aber das ist ja auch immer eine Definitionsfrage vom Vermasseln, oder? Wann hast du es vermasselt? Ja. Ich glaube, ich hoffe, in so 10, 20 Jahren haben wir es auch eher wie die Amerikaner, die es dir auf die Schulter klopfen. Geil, du hast es probiert. Du hast zwar eine halbe Million Schulden, aber du hast es probiert, weil im Moment ist es in der Schweiz schon noch nicht so. Also, in der Schweiz ist es, glaube ich, immer noch, wenn man die Selbstständigkeit vermasselt hat, ist es so ein bisschen, aha, okay, ja, ja, der hat es probiert. Ist ein Fehler. Ja, ja. Ist ein Fehler. Wobei, der Reto Joost ist mal da gewesen und der hat effektiv sich selbstständig gemacht. Dann hat er gemerkt, ah, das ist es nicht und hat sich wieder anstellen lassen. Ja, ja, aber eben, das ist ja in dem Sinne, das ist ja mit einem Happy End und nicht, dass er noch finanzielle Last hat und noch Leute mitgezogen hat und so. Also, ja, das sowieso, aber das ist, glaube ich, auch in der Schweiz überhaupt kein Ding. Ja. Aber ich finde mittlerweile cool, ich kenne auch immer mehr, habe ich das Gefühl, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Altersfrage, wo No Risk, No Fun reingeht. Ja, eben, No Risk, No Fun, ich, 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 ich weiss nicht, ich persönlich habe es nie als Risiko empfunden. Ja, ich jetzt auch nicht, aber wir haben in dem Sinne auch das Glück gehabt, dass wir vielleicht ein kleines Pölsterli hatten, wir haben jetzt nicht das Größte gehabt, wir haben das Glück gehabt, dass wir noch keine Kinder rumgekommen hatten, eben, du hast wahrscheinlich auch nicht viel auf der Seite gehabt, so. Ich habe gar kein Pölsterli gehabt. Eben, und darum, äh. Weil das ist, das ist das, ich weiss nicht, wie es bei deinem Kollegen ist, aber das ist das, was ich immer sehe, bei Menschen, die eben so mit der Selbstständigkeit liebäugeln, die warten aber eigentlich immer auf den Moment, wo sie können sagen, jetzt ist der Moment, ich habe genug auf der Seite und ich glaube, den gibt es gar nicht. Also irgendwie, du musst, du musst, du musst schon, du musst schon irgendwie eine ganze fette Karriere herangelegt haben und meistens, wenn du in dieser Position bist, dann, dann machst du das wahrscheinlich auch nicht. Also ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist so wie, ich habe so einen Bericht gesehen über, über einen Dealer in New York, weisst du, wo man so gesagt hat, ja und jetzt nochmal, wenn ich nochmal 10'000 habe und wenn ich dann nochmal 20'000 habe, dennoch hat gegangen mit meiner, mit meiner Geliebten auf die Bahamas oder was soll man gesehen ist. Dann lachtest du so am Schluss der Abspann, zwei Wochen später hat eine Polizei verwischt, oder? Es gibt nie diesen Moment, oder? Du verpassest den immer. Es gibt nicht ganz selten, wenn du so die Möglichkeit hast, dass du in einem kleinen Handwerker-Familienunternehmen bist und dass du dann das Geschäft übernehmen kannst, oder? Jetzt kann man fragen, ob das auch so in Selbstständigkeit ist. Aber dort wirst du wirklich langsam darauf hergeschafft und finde ich eigentlich eine von den coolsten Varianten, oder? Du kennst die ganze Bude, du hast es mit der Familie gut und so und du hast ja trotzdem, dass das vom einen Tag auf den anderen, den musst du übernehmen und verantwortlich bist. Ja. Und das ist, glaube ich, so der einzig smooth Weg, wie man in Selbstständigkeit kann gehen. Genau, weil dort gibt es ja schon wie so einen Wegweiser. Genau. Dort ist ja eigentlich schon, die Strecke ist schon vordefiniert. Genau, das ist so wirklich wahrscheinlich das Betreutigste in Selbstständigkeit reingehen, wo es gibt, oder? Genau, genau. Aber ich weiss noch, bei mir ist so gesehen, der Tabu hat mir das gesagt, und dann hat mir irgendwann erzählt, dass das der Dodo ihm damals gesagt hat, das ist eine Kette von diesen selbstständigen Künstlern, wo grundhaltig ist, du wirst immer irgendwie einen Grund haben, dich an diesen 20% Job festzuheben, du hast schon reduziert, reduziert. Aber ab dem Moment, wo du sagst, ich mache jetzt nur noch das, ab dann passiert erst wirklich etwas. Weil du gehst anders dran an, die Menschen nehmen dich anders wahr, und danach gibt es einen positiven Schneeball-Effekt. Also, die Erfahrung habe ich auch gemacht. In dem Moment, wo die Leute, und was heisst die Leute, jetzt nicht einmal viele Leute, aber einfach ein paar Leute wissen, der ist jetzt selbstständig, und der sucht in dem Sinne die Arbeit, ist es etwas ganz anderes, oder? Ja. Das ist wirklich etwas ganz anderes, und dann hat es so ein bisschen Multiplikatoren-Effekt, oder, die Leute erzählen es dann dem, und dann das und so. Das ist wie, ich habe das Gefühl, das ist wie, ich war mal allein am Reisen, über einen Monat in Indonesien, das allererste Mal ganz allein, und dann hast du jeden Abend Leute getroffen, oder? Und mit jemandem gehst du ein Bier zuhause, oder irgendein Konzert, oder hängst du es mit jemandem, und wenn du zum zweiten Reisen gehst, dann triffst du vielleicht nur 5, 6, 7 Tage mal jemanden, und dann ist es so das, hoi, wie geht's, wo bist du, ah, cool aus Australien, und ist dann so auf einer Ebene, die eigentlich gar nicht interessant ist, oder? Und es ist so beim Selbstständigen ein bisschen ähnlich, ich habe nicht das Gefühl. Aber das ist eine sehr gute Analogie, weil ich habe früher noch nicht alleine sein können, und habe darum so Angst gehabt, davor, ich habe immer gedacht, ich will mal irgendwie länger reisen gehen, und so. Und ich habe immer so gefunden, aber ich muss das irgendwie, ich muss das mit jemandem machen, und so. Und der eine Kollege, der schon gereist ist, der hat gesagt, glaube ich, wenn du alleine nachher gehst, ab dem Moment, wo du am Flughafen auf dein Gepäck wartest, bist du nicht mehr alleine. Ja, also das habe ich wirklich auch die Erfahrung gemacht, das ist krass. Und ich habe mir dann so einen Twitter organisiert, dass irgendwie so, für zwei Wochen ist ein Kollege dabei, der geht dann irgendwie zurück, und dann bin ich mal alleine, und so. Und dann habe ich es wirklich gemerkt, es ist genau das, was du sagst, wenn du mit jemandem unterwegs bist, bist du auch mit dieser Person unterwegs, und dann ist es mal so, ah, hallo, und tschüss. Und sobald du alleine bist, dann irgendwie, beim einen habe ich dann in Australien, habe ich dann irgendwann bei dem gepennt. Ja. Nach zwei Wochen, das ist so, du pennst doch bei mir. Okay. Dann bist du irgendwie drei Nacht bei dem, und dann sagst du so, hey, ist das glaube ich auch gut gewesen, und ich gehe weiter. Genau, und die Abschied, die kenne ich auch, oder so, ja, jetzt muss ich mal etwas Neues, oder so. Nicht einmal wegen ihm, sondern es ist so gesehen, irgendwie, was ist das da gewesen? Ich hatte am nächsten Tag einen Flug auf Hawaii, und dann bin ich noch in Byron Bay, und bin wirklich hagelfall, an irgendeiner komischen Party, und ich so, wow, das ist so geil, ich will noch nicht gehen. Und danach habe ich irgendwie zunacht den Flug umbucht, ich fand eine Woche länger, und dann bin ich noch zwei Tage in Byron Bay geblieben, und dann habe ich gemerkt, oh, shit, I overstayed. Okay. Weißt du, es gibt genauso diesen Moment, oder, wo ich so, wenn ich dann gegangen war, warst du dich perfekt gesehen, und zwei Tage länger, bist du so gesehen, oh, jetzt fällt wie alles zusammen. Aber das ist auch etwas, wo man alleine reisen mehr merkt. Genau das, das ist so der zweite Effekt. Ich bin mit der Zeit da süchtig gewesen, zum an den nächsten Ort zu gehen, und es ist nur darum, zu gehen, zum an den nächsten Ort zu gehen. Es ist mir eigentlich auch relativ egal gewesen, was der nächste Ort ist, aber es ist wieder ein neues Hostel gewesen, neue Leute, neue Umgebung und so, und das habe ich sonst auch nie gehabt, so richtig, das Reisen an sich, so der Zweck ist, den einen vorwärtsgebracht hat, das habe ich sehr gut gefunden. Das habe ich sonst auch nicht gehabt, so richtig, wieder Lust, weiterzugehen, und es langweilig geworden ist, nach drei Tagen an einem Ort. Ja, aber das ist mir dann, irgendwie die Woche drauf, ist mir das dann eben auf Hawaii passiert, wo irgendwie alle so gefunden haben, ah, ist so schade, gehst du jetzt schon? Und ich so, hey, ich glaube, das ist gerade gut so. Ja, passt, so ein leichtes Gefühl von, ah, würde ich noch ein bisschen länger bleiben, wäre mega schön, aber dann ist es wohl eigentlich genau perfekt. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es anders gehabt, ich war gerade in Zanzibar, 11 Tage in den Ferien und 11 Tage in einem Hotel und 10 bis 11 Stunden geschlafen pro Nacht und vielleicht 3 oder 4 Mal am Kitesurfen gewesen und einmal eine Stadt besichtigt, fertig. Ja, aber das sind so die... Das ist dann wieder das ganz andere Konzept, das ist auch herrlich gewesen. Das sind die Stecker-aus-Ferien. Genau. Wo der Körper merkt, ah, jetzt fahren wir runter. Genau, ich habe die nicht so gekannt und jetzt habe ich müssen sagen, ich bin recht Fan geworden von dem Konzept. Es ist ja so, es hat etwas. Das ist ja immer das, wo ich denke, ich denke, Strand-Ferien ist früher für mich das langweiligste ever gewesen und jetzt denke ich so, einfach mal eine Woche näher liegen. Aber du könntest es. Du hast zwar ein Buch dabei, aber wahrscheinlich lese ich es gar nicht, du penchst einfach die ganze Zeit. Aber du könntest eine Woche am Strand sein und es wird dir nicht langweilen. Nein, wahrscheinlich wird mir sofort langweilig. Aber ich kann es ja dann nutzen, wenn man langweilig wird, dann fängt ja die Kreativität wieder an zu arbeiten. Also ich habe das Gefühl, dann passiert wieder etwas für die Bühne. Voll, absolut. Das ist es ja eigentlich, dass wenn du dich komplett entziehst von täglichem Stress und dem Zeugs, dann passiert auf einmal wieder etwas. Voll, also ich bin auch nach Hause gekommen und fünf neue Ideen gehabt hast. Also ich glaube, das ist das Erfolgsrezept für so Sachen. Aber bis aufs Ansipar für das. Das ist schon weit. Ja, ist überraschend weit gewesen. Du fliegst mit Redelweiss von Zürich auf Kilimanjaro und dort steigen dann die Pick dann auf den Kilimanjaro rauf an Seckland, oder? Das ist glaube ich der allerhöchste Berg von Afrika sogar. Wo sie dann mir in Reihe anstehen. Ja, genau. Es ist glaube ich wirklich so, es gibt glaube ich wie bei Mount Everest auch Gipfelgarantie mittlerweile, also im Notfall schleppend zu rauf. Aber es gibt auch die, die das wirklich machen als Challenge und so, und es ist glaube ich mega. Also ich glaube, das Gefühl, dann dort oben zu sein, meine ehemalige Mitbewohnerin ist da oben gewesen. Ich glaube schon, wir sind über den Berg drüber geflogen. Es ist schon ein epischer Hurenberg. Ich habe wahnsinnig viele Wünsche, aber ohne Scheisse das Gefühl von ich will einen Berg erklimmen, das habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Ja, aber das glaube ich ist, wenn die jemanden dort mal raufzwingen würde, würdest du es glaube ich auch geil finden. Weil du bist auch begeisterungsfähig für solche Sachen und ich könnte es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Und ich könnte mir dann vorstellen, wir zwei sind dann da oben auf dem Berg und wir erzählen dann allen, wie geil es gewesen ist auf dem Berg. Ah ja, 100 Prozent. Selfiestick, schon mal an. Nein, du bist im Kilimanjaro Airport und hast gedacht, okay, jetzt steigen die aus und dann hast du gewusst, alle anderen sind jetzt so Badeferien, du zwei zu sitzen bleibend wie nie. Ja. Und dann fliegst du noch mal 40 Minuten rüber auf die Insel. Geil. Ja, ist cool gewesen. Also ich weiss noch, Sansibar, vor vielleicht 20 Jahren oder so, ich bin nie selber gesehen, aber ich habe gehört, die haben ihr nationaler Fernsehen, es ist einfach ein Kanal und der läuft effektiv noch mit VHS-Kassetten. Okay. Wo sie einfach beim Senden-Turm oder wie der auch immer heisst, haben sie einfach in so einer Maschine und dann schmeißen sie eine VHS nach der anderen rein und das ist dann ein Live-Signal, das rausgesendet wird. Ich habe den Fernsehen nicht eingestellt, also wobei es wird sicher anders sein jetzt. Ja, aber vor 20 Jahren hast du es noch so gesehen. Also weisst du auch, wenn sie etwas aufgenommen haben, ist das zuerst aufgenommen worden, dann ist es auf VHS überspielt worden und dann haben sie es rausgejagt. Ja, nein, es war krass, es war wirklich das erste Mal, als ich so richtig in Afrika war. Es wird wahrscheinlich schon noch krasser gehen vom Kulturschock, aber es ist richtig Afrika. Und gelandet bist du aber an einem Airport, wo so in Sachen Sauberkeit und Modernität nicht weit hinter Zürich ist. Ja. Da merkst du jetzt, die Touristen kommen dort und es geht ab. Hat es auch ein Hologramm vom Roger Federer? Nein, das hat es nicht. Du wirst nicht begrüßen. Was machen wir denn? Und Heidi jodelt dir auch nicht in die Sorge. Aber landest du dort und dann denkst du so, wow, krass und so. Und dann ist die Transfer zum Hotel und dann merkst du aber schon, jetzt geht es ab. Also die stündige Fahrt ist wirklich so gewesen, wenn es nicht mal Südostasia gewesen war, dort klammerst du auch so immer ein bisschen ans Leben, wenn du mit diesen Bösen unterwegs bist. Ja. Und das ist genau gleich gewesen. Also innerhalb der ersten fünf Minuten haben wir wirklich mehrfach überholt und lang noch die Lichter vom Gegenüberauto, das entgegenkam, gesehen. Es war ja so heiss gewesen. Es war richtig heiss gewesen. Oh mein Gott. Ja. Nein, und ich war recht fasziniert vom Land, weil ich bin bis am Schluss nicht ganz daraus gekommen, wie unabhängig sie sind von Tansania. Ja. Aber wir haben dann eben die Stadtführung gemacht und dann hat einer Inbrunsch erzählt, ja eben, das Militär haben sie von Tansania und das Geld, die 50 Dollar, die wir für das Visa zahlt haben, die gehen auch noch auf Tansania und so eine riesige Diskussion und aber selber haben jetzt Zanzibar als Land schon eine eigene Marine und so und die sind so voll drin, so in dem politischen Prozess und so, das war mega interessant. Zanzibar als und wir hatten eine Stadtführung dort gemacht und wirklich das krasseste war in Zanzibar, ins Downtown, dort war der Sklavenmarkt von Ostafrika. Also es gab einen Sklavenmarkt für Westafrika, wo die allermeisten Sklaven dann auf Nordamerika sind gegangen, in die Tabakplantage und so, das, was wir jetzt eher noch kennen. Ja. Und dann von Zanzibar aus ist wieder ganze Sklavenhandel nach Indien, ich glaube Pakistan, ein Haufen Südostasien auch und es ist so peinlich, ich habe nicht gewusst gehabt, dass auch so viele Sklaven, in dem Sinne, in den Osten vor der Welt gegangen sind und so und dann bist du die Räume anschauen, die sie dort waren und so, es ist crazy gewesen, so völlig unvorbereitet, kommst du vom Hotel und machst so eine Stadtführung und einfach nicht gut informiert gewesen, ehrlich gesagt, und dann gehst du in so einen Keller runter, wo wirklich ein Räumchen war und dort sind 70 von diesen Sklaven in Ketten und die Exkremen sind dann raus gewaschen worden, wenn die Flut hoch genug war vom Meer und gerade dort reinkam ist und so, also das letzte Mal so eingefahren ist es mir in Vietnam, in Ho Chi Minh City, wo wir im Kriegsmuseum gewesen sind, das ist ganz übel gewesen, wenn dort all die Napalm-Bilder einfach völlig roten Leute gezeigt werden, also völlig auch zurecht und so und jetzt habe ich wieder so ein Erlebnis gehabt, die ganze Geschichte und dann nachher Kolonialisierung und alles und so, ein bisschen etwas habe ich schon noch mitgenossen, in der Hotelferie ist schon etwas mehr als auf elf Stunden pennen und rumliegen. Nein, nein, ich habe ihnen dann auch noch ein bisschen Wikipedia gelesen und so und ich muss sagen, ich bin jetzt heiss für Afrika und ich hoffe jetzt auch, dass es dort weiter vorwärts geht und so, weil die Leute, auch im Hotel, die Angestellten, die hatten so Bock zum arbeiten, die hatten so Freude und immer am Schnorren waren, die konnten super Englisch alle und die konnten alle top Englisch auf Zanzibar und die hatten so richtig Gaudium-Job und richtig Freude im Service und ich habe manchmal fast schlechtes Gewissen gehabt oder willst du noch das willst du noch das ich bin mir das überhaupt nicht gewohnt gewesen und ja so das Gesamtpaket muss ich sagen also ich kann es allen empfehlen ich kann es wirklich empfehlen mal dort zu gehen und ich hätte jetzt mal Bock so ja noch andere afrikanische Länder zu sehen ja weil du fliegst einfach stundenlang drüber und denkst so hey ich habe keine Ahnung was da unten ist ich habe keine Ahnung das ist fast ein bisschen peinlich so ist es mir schon ein paar Mal gegangen also weisst du wenn du das erste Mal länger fliegst und es jetzt nicht in den USA ist weil du da fliegst ja hauptsächlich einfach über Wasser sondern du fliegst mal über Land bist du so oh mein Gott wir haben ja wahnsinnig Glück dass irgendwie keine Ahnung fahrst du 100 km in eine Richtung und bist in einem völlig anderen Gebiet gefühlt und dort bist du so ah ich fliege jetzt seit 5 Stunden über die Wüste ja das ist wirklich spartal und wie hat die Landschaft auch immer das ist noch cool gewesen es war ein Tagflug das habe ich fast noch nie gehabt so einen langen Flug über den Tag du siehst mal wie die Landschaft wechselt und eben du hast recht dann fliegst du glaube wirklich 4 Stunden über die Wüste und dann von einem auf den anderen Schlag ich kann es nicht sagen aber es hat wirklich ausgesehen wie eigentlich die Wüste in Urwald hinein wechselt ja 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 und du denkst so hmm damals in der Kanti haben wir doch mal irgendetwas Geografie gehabt wie so die verschiedenen Zonen sind und so und du kommst dir wirklich dumm vor weil ich habe keine Ahnung wie das ist aber es wird irgendwie mit Bergen zu tun haben in der Nähe wo sie sich dann ausreden keine Ahnung du merkst ihren Aufzicken zum gleich so ein bisschen umstudieren das ist cool sehr schön und das ist ja der Grund warum du mir nicht live gelogen ja richtig ja stimmt das haben wir noch diskutiert ich muss sagen ich bin grosser Fan zum Comedy schauen im Lechterstein ich wohne im Lechterstein und es war schade weil beim Büssi letztes Mal wo ich gewesen bin ist eine Mörderstimmung gewesen zu Schan ja wie ist dein Auftritt jetzt gewesen es war sehr spannend also bist du zu Schan im Tacco in Faduz im Schlösslekeller cool okay und dort habe ich schon sicher zweimal vorher gespielt vielleicht auch dreimal bin mir nicht sicher ähm und ist noch geil gesehen weil Stromausfall in Faduz also oder im Keller zumindest im Theater okay und und der Techniker hat dann gesagt ähm ja mir hat das Lichtpult irgendwie zu schnell verschliessen wegen dem Stromausfall oder vielleicht ist das der Stromausfall gewesen oder niemand ist genau draus gekommen ah Kurzschluss oder so genau und der Schädler hat der Schädler hat Support gemacht und bei ihm so fünfmal ist das Licht ganz kurz ab und wieder an und so weißt du das ist ganz weird gesehen und dann gerade vor meinem Auftritt kommt der Techniker noch mal und sagt hey falls das noch mal passiert schalte einfach um aufs Bühnenlicht und ich sag ja voll easy und mit Bühnenlicht hat auch Putzlicht gemeint also das Notstromlicht oh mein Gott und es ist eine Minute gegangen und dann ist das erste Mal wieder duscher gewesen und danach hat er umgeschaltet und das sind dann halt die grellen Neonlichter also Spitallicht und zwar nicht nur bei mir sondern im ganzen Raum und dann habe ich auf einmal alle die Menschen gesehen besser als ich die jetzt nicht gesehen wirklich er hält bis zum geht nicht mehr und es ist so weird weil es ist ja schon easy die Leute zu sehen und ich hatte es auch noch gerne es ist mir lieber als wenn du nur Scheinwerfer hast und du spielst in etwas Dunkels aber so gut musst du die Leute auch nicht sehen also du siehst es aus mit den ersten zwei Reihen oder wie viel siehst halt einfach sehr abdunklet oder und je nach Ort ist völlig unterschiedlich aber dort habe ich einfach bis in die hintersten Reihe alle gesehen oder und ich würde sagen 95% haben auch wahnsinnig Freude gehabt und ich habe mir auch probiert nichts anmerken zu lassen und ich glaube nach zwei Minuten ist es wirklich okay aber du siehst dann natürlich auch immer viel besser der Dude der nicht lacht ja genau weißt wo mit seiner wahrscheinlich Frau hätte mitgehen und sie hatte eine saugelde und er war einfach mit den verschränkten Armen da gewesen und einmal habe ich zum Schmunzeln gebracht und dann habe ich so gedacht okay das reicht das reicht also du hast dir dann wirklich gemerkt und immer wieder hergeschaut und wenn du gewusst hast jetzt kommt der Mörder gegen jetzt muss ich absurdes hergeschaut ja es ist auch so ein bisschen das ist so aha du der Storen geht wieder ab Christoph was ich was ich mal gemerkt habe für mich ist Stand-up ist ja kommunizieren mit dem Publikum und früher habe ich immer so in die Fahne gespielt und dann kannst du einfach keine Connection zum Publikum aufbauen und sie auch nicht zu dir oder und es ist so krass wenn du jemandem mal in die Auge schaust wie die gerade die sind gerade viel mehr so und das habe ich dort zum Beispiel in Fahdutz auch wieder gemerkt oder du schaust sie dann an und sie sind gerade wieder mehr da und es gibt so einfache Tricks wie bei Newcomer sagen sie oft probiere einfach mal jede Person einmal angeschaut zu haben dass du ein Gespür dafür bekommst und mit der Zeit machst das so wie automatisch dass du halt wirklich so wie ich dir etwas erzähle erzähle ich das dann halt jeder und jedem dort innen oder und dort habe ich das natürlich umso bewusster wieder müssen machen weil ich gemerkt habe ich sehe ja alle spezifisch das heisst ich habe wirklich was sind sie gesehen etwas über 40 knapp 50 irgendwie so ich schaue wirklich jeder und jedem mal in den Augen oben so einfach unterbewusst passiert das aber bei dem habe ich mehr mal ausgeliegt und wie sind die reakten am schluss gewesen von den lüten sind sie dann her und haben sich näher dir gefühlt oder ist es wie immer gewesen nein also es hat sehr gut funktioniert für dass das Licht so gesehen ok ok das ist so gesehen ja du ich bekomme nur mit von dir oder von brüsi oder so und ich muss sagen ich bin froh wenn ich nicht comedian geworden oder etwas ähnliches das ist schon brutal wenn du allein auf der bühne bist und so externe faktoren hast und damit schlag kommen oder jeder hat schon mal ein Publikum gehabt oder irgendwelche Firmen anles und ich denke immer so Bewunderung sehr hoch ich liebe es stimmt du nimmst als Challenge ja und was ich gemerkt habe du machst auch viele event Moderation oder nein im Fall praktisch nicht mehr okay und ich habe früher Event Moderation gemacht und ohne Scheisse ich hatte die schlimmsten Gefühle bezüglich Event Moderation immer und dort ist auch so etwas man ist der Typ dafür oder nicht genau und früher habe ich sogar böse Ansicht und fand Event Moderation machen die Leute die sonst nichts können ausser öffentlich reden und so ich habe mittlerweile riesen Respekt davor und verstand die ganze Arbeit dahinter genau jeder der das mal gemacht hat weiss was es bedeutet und und das ist bei mir aber auch immer so ein knackpunkt gesehen dass ich einmal eine hatte und dann bin ich im Auto gesessen und dachte also im Witz natürlich aber ich könnte mich jetzt wahrscheinlich verschiessen weil ich habe irgendwie so eine Mischmasche von Gefühlen gehabt ich habe nicht viel vorbereitet und ich einfach nur gesagt der schock ist dort und da gibt es Zigarren und viel Spass so und ich kriege ziemlich viel Geld für das und ich fühle mich auf die Scheisse dabei so ein komisches Gefühl und dann sehe ich die wirklichen Profis die sagen ok ich verstanden absolut da sind noch zwei Tage vorbereitet die wissen was immer das Thema ist die können alles darüber erzählen und sind komplett informiert die werden das ist dann schon fast wieder die journalistische Arbeit die sind so immersiv in was immer die Tage oder das Thema oder whatever ist wissen alles darüber und darum können sie dann auch wieder frei moderieren und so und der Unterschied ist bei Stand-up da weiss ich das ist mein Ding ich bin mal in der Wüste gesessen und habe mir das Programm zusammengeschustert und bin hundertmal auf Open Mics gesehen und dann habe ich gemerkt auch wenn ich jetzt den absoluten Kackauftritt habe wo zwei Leute nur zuhören von 200 und irgendwie der Lehrling schon in Ecken gehisst weil er Rotwein mit Cola gemischt hat zum Nacht weisst wirklich so geil ich mache das was ich will und das ich schon immer wollte und das erfüllt mich einfach und dann kann es katastrophen laufen und ich habe irgendwie der ah geil das kann ich dem Büssi erzählen oder Charlie oder was weiss ich und die werden einfach kieren von lachen die stories sind meistens legendär aber event moderation und so wenn etwas schief geht und es geht immer schief weil die firmen die meisten müssen einmal im jahre ein event organisieren es sind ja nicht Profis die 50 event machen im jahre wie andere und dann geht halt zügig schief genau und so ist es auch wirklich ja und mit der Zeit hast ja wirklich so wie eine West an wo du sagst egal was passiert und das habe ich immer viel befriender gefunden bei Stand-up wie bei Moderation weil bei Moderation hast du eine andere Aufgabe du musst die Zügel im Griff haben voll du stellst die über die Leute weil du erklären was geht und Stand-up ist so mehr ich bin ja eigentlich ein von euch und ich probiere jetzt einfach noch ein bisschen lustig zu Respekt für Leute die nur Event Moderation machen das gibt es wenig aber das gibt es doch in der Schweiz der ist riesig die müssen 5-10 Mal im Monat zack und immer ist ein Blindflug ausser wenn man etwas schon mehrere Jahre macht so und ja also alle die Event Moderation gemacht haben mehr Respekt vor solchen Leuten als vorher es ist wirklich ein harter Job gut gezahlt in der Schweiz ist es wirklich gut gezahlt aber es ist ein harter Job mega mega und früher hatte ich das Gefühl ja aber ja es ist sehr heftig aber du musst fast keine mehr ja wirklich und wenn ist nichts öffentliches nicht irgendwie für offenes Publikum oder so Kundenanlässe und Gesprächsrunden mache ich zum Teil wo dann aber wirklich im kleinen Rahmen sind also 40 50 Leute oder ja und jetzt eben Spengler oder zum Beispiel Skiwelt Sankt Moritz habe ich das Jahr auch abgegeben an Manu Rotmund also ich habe ihn empfohlen und sie haben ihn genommen und es hat mich gefreut gehabt ich mache jetzt da noch viele Social Media einfach von unserer Firma aus und so nein überhaupt nicht nein 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 aber das ist natürlich immer cool gewesen Skiwelt Sankt Moritz im Stadion also alle die schon mal in einem Weltcup Rennen waren wenn morgen ist im Engadin die Sonne auf alles verschneit und jetzt ist Abfahrt oder Sturm vorn ist einfach nur Strom in dem Ziel und du machst Moderationen und pushst die Leute und machst Interview und so das war richtig nice das immer geliebt aber das habe ich 4 oder 5 Jahre gemacht und irgendwann haben die Leute im Stadion gesehen habe ich das Gefühl und darum habe ich jetzt gerne eines weitergegeben aber das ist wirklich also in St. Moritz im Ziel Raum habe ich ein paar meiner coolsten Moderationsstunden erlebt klar es gibt ja auch dort Levels genau also ich verstand auch dass das sicher etwas geiles ist wie voll meine aller allererste ist gesehen Eier lesen ja so klassischer Lokal Event nein das ganz absurde das ist glaube ich sogar im Ost rum gesehen weil du hast zu viele Eier und so und dann haben sich irgendwie so Teams angemeldet und dann ist so wie ein Staffellauf mit Eiern und irgendjemand ist am schnellsten so oder und du bist dann über die Arbeit und so und gesagt wer gewonnen hat genau und es wirklich gesehen freiwillige Feuerwehr von dem Ort und irgendwie die 400 oder sowas aber so etwas würde ich auch wieder machen und für ohne Geld weil so die herzblut dabei ist und eh alles freiwillig ist das finde ich es ist so absurd gesehen und dort ist schon die erste Sternstunde am Schluss bei der Sieger Ehre sozusagen habe ich vergessen wie die Kompanie was auch immer heisst die gewonnen hat und du bist das Einzige bei Eventmoderation immer musst wissen du musst die nicht wissen von CEOs von allen anderen Geschäftsleitungsmitgliedern von Teams von Fahrerinnen die zu rennen fahren das ist das Einzige was immer muss wissen und ich stand dort und du hast ein paar Leute die rauf schauen dritten Platz freiwillige führer zweiter Platz und dann merke ich fuck ich bin blank da oben ich habe keine Ahnung wie die heiße was ich und sage und den ersten Platz und dann habe ich gut raus geredet und ich gesagt wer seid es und dann lacht irgendjemand rund so und so Stockhand und ich so richtig da sitz ich weißt so in dem still und ich so oh mein Gott und dann andres mal habe ich noch mehr Tage lang habe ich einen Sponsor falsch gesagt und zwar weißt du hast so band und dann lese jeden Sponsor ab sagst und natürlich Sponsor heute das zweite no go aber wirklich erst nach vier stunden kommt jemand und sagt das ist kein K das ist ein Z oh shit nein aber du hast schon recht es gibt es ein paar tiefs und da gibt es auch ein paar brutale Höchste im letzten Winter für den Busse bin ich eingesprungen für Rivella die haben so das Funrennen am Berg und ich wirklich gemerkt weil es ist Saarosa im Skigebiet man hat so ein Fun Parkour mit den Ski machen die Leute sind rauf gekommen und hatten alle schon eine Bomben Stimmung weil wenn wird schon mal im Schnee bei bestem Wetter ein Parkour für dich hergerichtet und du bist mit den besten Kollegen dort und da gibt es noch Geschenke dort und da und so und das moderieren ist zum Beispiel das und das andere habe ich jetzt wie so abgegeben weil ich gemerkt dass die Sachen hinten rum das ich im Geschäft mache und so gefällt mir einfach besser ich muss mich nicht mehr zu vorderst herstellen und so ich war 15 Jahre genug extrovertiert im Radio und so ich genieße die andere Seite vielleicht ist dann in 15 Jahren wieder komplett anders aber so den Mikrofon Fabio nein habe ich zumindest für eine Weile gehört aber ich finde Radio zum Beispiel ist überhaupt nicht extrovertiert mal trotzdem das auf Sendung war es ist trotzdem so ich behaupte wenn jemand kennenlernt einfach so privat und wenn er dann im Radio gehört gibt es immer einen Unterschied oder weil du bist ja immer wenn du eine Show machst oder so bist du eine pustere Variante von dir und eine extrovertiert Variante von dir und eine leicht andere Stimmfarbe und so ich finde es gibt einen Unterschied aber du hast recht im Vergleich zum Fernsehen oder wenn jetzt da TikTok Star bist oder so ist es natürlich noch mal ganz anders ja du sitzt gleich auf dein Raum und machst es eigentlich für dich so klar du du mehr pushen auf einer Seite aber habe ich ein Lokalradio von dann schwarze mit das ist Radio für 10 ab 12 weißt du wenn sie komplett switchen du so oh mein Gott aber ich habe immer meine Diskussionen gesehen mit Coaches und was weiss ich weiss was ich gefunden habe ich bin Bühnenmensch und das gibt mir doch nicht ich kriege ja kein Feedback aber du musst dir vorstellen 150 000 Menschen hören dir jetzt zu das größte Publikum wo du kannst haben ich sehe aber ich höre kein einzigen weiss ich höre nichts ja siehst aber das kenne ich gar nicht so applaudieren oder so das bist du natürlich sehr gewöhnt darum das habe ich nie Mühe vorstellen oder so ja ich habe es immer gehabt also ich bin wirklich kein Radiometer und das mache ich gerne weil du schwarze mit aber das ist bei den Podcasts ist es wirklich so dass man noch am nächsten an seiner wahren Persönlichkeit ist als Moderator oder auch Gast im Vergleich zu vielen anderen elektronischen Medien und ich glaube das ist auch der Erfolg der Podcast weil alles noch viel ächter ist natürlich ist auch immer alles am Anfang wenn es neue Medien gibt ist auch alles noch ächter weil man mal noch zehn Jahre ausprobieren kann also wie beim Radio produziert die Werbung wird perfekt eingesprochen sein die Länge wird genau 30 0000 sein wie soll im Radio ich glaube jetzt sind noch die zehn Jahre Wild-West Zeit im Podcast die richtig cool sind aber das Professionalisierung kommt bin ich 100% sicher ja aber das Schöne ist dass mit der Professionalisierung wahrscheinlich trotzdem mehr wie bei anderen Sachen die Leute dann selber entscheiden was sie sich geben das heißt jetzt hast vielleicht den Podcast der sich absolut professionalisiert kannst schnell weg klicken genau wenn die Leute nicht mehr auf den gehen dann merkt man vielleicht selber wieder ein bisschen zurück die Frage ist ob alle Podcast mitzeichen wenn die erst anfangen oder ob man fast muss mitzeichen oder ob es irgendwen so wie Werbeagenturen gibt und die sagen entweder du kommst zu ein Werbennetzwerk und du musst Spots schalten von deinem Podcast oder sonst bist du einfach draussen und kannst nichts mehr verdienen und so es gibt schon ein paar professionalisierungsströmungen wo man sich irgendwas überlegen ich weiss jetzt gar nicht ob die Leute das interessiert oder zuhören aber ich habe letztendlich für mich gedacht es klingt jetzt schon anders als ganz am Anfang bei vielen Podcasts Sponsoring kommt es immer mehr rein sogar in der Schweiz und das finde ich schon interessant wir nehmen es wunderweise in zehn Jahren ist das Medium Podcast aber dass es da ist bin ich 100% überzeugt einfach weil es on demand ist oder alles was on demand ist also wenn man einfach immer wählen und es immer verfügbar ist und man von etwas 20 am Stück hören ich bin völlig überrascht dass du schon über 100 Folgen gemacht ich wusste dass du ein fleissiger Mensch bist aber 100 ist also die meiste hören doch auf nach 25 also das ist wirklich ein Lob weil ich immer mal wieder reingelassen aber ich muss sagen relativ wenig weil ich höre von Leuten die ich kenne nicht so gerne Sachen ich habe sie lieber in echt weil sie echt sind und ich auch im Schweizer und meiner Frau gesagt ich kann nicht mehr alles von euch hören und schauen es geht gar nicht weil ihr so viel machen ja ja voll okay ja logisch lieber so die echten menschen ich habe kurz meine Freundin gefragt hey los ist du noch mein podcast und das hat sie gesagt sie ja 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 aber es wird weniger thema und man redet nicht mehr darüber ja ja völlig okay also das ist mir ja klar finde ja mit der Masse wird es schwieriger nein aber das kannst also wirklich dein Produzent und das könnt ihr euch auf das Fähnchen schreiben also wenn ihr über 100 Folgen habt dann ist das Herzblut 100% ja aber ich habe auch lange gebraucht bis ich einen gemacht habe aber ich habe auch gewusst ich will es machen und dann will ich es durchziehen oder und spätestens nach der Entscheidung bringen es wirklich wöchentlich einen aus dann auch dort dann passiert etwas also wenn du es wirklich so so professionalisierst und dann einfach sagst es gibt eine Struktur genau das macht schon wahnsinnig was und wenn auch andere Leute dabei sind und einfach auch die Leute enttäuscht sind wenn es dann nicht so ist und irgendwelche Ansagen sind oder Werbekonto oder so ich finde auch es gehört dazu man muss sich so ziel setzen sonst nicht gut und das rüber habe ich einfach mal eine Pause machen sonst ist vorbei es fehlt auch die Ideen und alles so aber du bist zum beispiel auch so ein mensch du hörst nicht gerne sachen von leuten die du gut kennst ja das heisst nicht gerne aber manchmal merke ich halt nuancen man ist leicht eine andere Person sogar ich finde sogar die die extrem nah einer echten Person sind es ist gar nicht was ich merke ist der Faktor Alkohol der macht wahnsinnig viel aus also Charlie Frank und Sven zu viert ich musste mit dem Haus trinken ist der Haus auf meinem Platz gesessen ja mal im Studio aber schon auf der Seite und dann hatte ich einen leichten Vorsprung und die anderen haben den aber sehr schnell aufgeholt und dann merkst du weisst wirklich nicht mehr was du laberst und was die anderen labern und du hast noch eine letzte instanz in dem du sagst wir schneiden nichts raus also ich einmal in meinem Leben noch mit sehr viel Rest Alkohol bei SRF3 moderiert und du weisst ja wie viel Publikum du hast und so und das war ein richtig schlechtes Gefühl nach der Sendung bin ich raus gegangen und dann habe ich gedacht ui nein das hat mich wirklich wie ein Dreck gefühlt weil du alles Kontrollverluste hast aber du hast das Gefühl was ich da wahrscheinlich war das tiptop und das hat niemand gemerkt oder sehr wenig gemerkt aber das war ein krasses Gefühl und im Podcast ist es etwas anderes wenn du es öffentlich machst oder auch sagst oder so dann gehört es wieder zu da Moser und Schelker haben am Anfang mich auch noch gesoffen bei die Sprechstunde und dort ist der Pegel geschmückt durch die Boxen durch oder machen sie jetzt irgendwie nicht mehr so aber du auch nicht mehr so es kommt wirklich sehr auf die Zeit ruf an also die die ich hörst mit Schelker und so nicht ich komme ja meistens mit dem Auto oft auf Basel aber ich habe ein Ziel dass ich ab und zu mal so wie so einen komiker stammtisch mache und dann kann sich eintragen wer will und wenn wir das finde ich cool wenn wir vier haben dann haben wir vier und ich nehme jetzt mal an dort hat man schon zumindest die möglichkeit habe etwas zu trinken aber dort habe ich gemerkt das ist dann wirklich so das ist die dümmste frage die ich jemals in meinem Leben gehört habe und dann los ist das so okay das ist ist sehr real gesehen natürlich ist immer ein witz weißt aber es ist so oh okay alles klar aber das ist wie gesagt es etwas völlig anteres wie wenn du einen auftrag hast klar wenn ich wenn ich solo früher habe ich zum teil auf der bühne noch alkohol getrunken und das ist auch vor alle ersichtlich gesehen dann passiert vielleicht mal etwas was nicht so geplant ist dann reagiert man so aber ja irgendwie im radio oder schon nur theaterspielen habe ich ganz schlimm gefunden silvestervor vorstellung und dann ist mitternacht dann stoss ich an mit einem küppel und nachher bist einfach so ich bin nicht ganz das ist nicht das das ist völlig anders aber das stimmt aber was ich auch sagen ist wenn du sagst die Leute die du gut kennst du bist so ein Phänomen wo ich ein paar habe in meinem Umfeld wir kennen uns nicht wirklich gut nein aber wir hatten von Anfang an eine grosse Sympathie zueinander und durch das hat man das Gefühl man kennt sich gut ja aber das sind Leute die nicht viel zu tun haben wenn man die ein paar Kollegen sehe ich wirklich nicht mehr viel wie zb ein DJ den ich früher zusammen aufgelegt habe ich ins Mikrofon geschraubt und er hat richtig geil aufgelegt so turnfest und das style und so und den sehe ich vielleicht zweimal im Jahr einmal auf der Piste und einmal an einem Event wo wir beide sind und ich mag den Typen so gut ich gehe und sage hoi wie hast es und die nächste Frage ist nicht wie geht es der Frau und Freundin wie in der Wohnung und so sondern es direkt hey hast du das neue Album gesehen oder hast du das gesehen man ist sofort drin es ist wie so die es gibt gar nicht so eine Wand wo wieder durchbrechen bis bei der Person bist sondern du bist automatisch dort und das habe ich bei dir auch das Gefühl und das habe ich wirklich noch ein paar und das habe ich mega gern weil die Floskeln am Anfang ich mache es auch und wie es ist der und sind wir mal ehrlich meistens ist das nicht das übergemischt hat unten im Keller Bilder die niemandem zeigt das ist das Interessante und nicht dass er in die nächste Mietwohnung ist die 40 Franken teuer ist sehr spezifisches Beispiel gesehen ich habe aber niemand im Kopf im Kopf wo jetzt neu anfangen würde malen aber das ist das Interessante also der DJ hat jetzt zum Beispiel sein eigenes Business und ist jetzt mit Immobilien am handel und so und ist so dazukommt finde ich mega interessant oder und ich finde es cool wenn man sofort bei dem ist oder ja aber ich finde das faszinierend das hast du mit einem wo du wirklich sehr gut befreundet bist und das kenne ich natürlich auch weil klar irgendwann verändern sich Leben und in den 20 Jahren hast ja jeden Freitag und Samstag Zeit und dann gehst jeden Freitag und Samstag Mittwoch Donnstück eben genau gehst sicher raus und dann hat es aber jemand der Mittwoch sagt hey ich bin gerade dort also es ist ja alles so frei es ist das Kind im Erwachsenen Leben oder danach hat irgendwann vor sich das ein bisschen aufsplitten und Kinder und das und oh neben ein anderes Hohne gezogen und vielleicht ein Häuschen gebaut oder irgendwie übernehmen und alles so Sachen oder das verstand ja absolut aber was ich spannend finde ist was zum Beispiel wir haben so ohne wirklich jemals ein bisschen tiefgründiger geschwärzt zu haben also schon tiefgründig aber nicht ja mal ich hatte als wir uns kennengelernt haben beim Radio haben wir relativ schnell so Sörger und so auch persönlich Austausch und das ist mir dann halt immer sympathisch oder wenn jemand sich öffnet dann muss sich nicht ganz öffnen aber wenn jemand relativ schnell das Visier hoch klappt und sagt du bei mir ist so und so wie ist es bei dir eigentlich im aktuellen aber aber ich weiss trotzdem nichts über dich weiss wie ich meine ja ich bin auch nicht der das immer gross rum erzählt das finde das finde ich spannende an zwischen menschlichen beziehungen wir können ich auch mit bahnen keine ahnung weiss nicht mal wo die person ist weiss nicht ob familienverhältnis studiert aber das ist völlig wurscht bin ich voll bei dir jens eben bei dir zum beispiel oder beim sasha warner oder den warner sehe ich vielleicht zweimal im jahr und beim warner ehrlich gesagt ich weiss auch nichts über seine frau oder seine eltern wo er aufgewachsen ist aber muss ich nein ehrlich gesagt nicht oder jedes mal erfahre ich wieder etwas interessantes oder was er wieder gespunen was am machen ist es reicht irgendwie gut beim warner ist eh faszinierend weil der warner ist ja einfach eine maschine wo du musst nicht mal on drücken sie kommt schon an sie kommt schon an ja das stimmt es läuft schon etwas oder genau das stimmt natürlich auch und bei ihm habe ich natürlich noch eine connection er ist ja so ein flugfreak also bei ihm ist es mehr so er als Meilen sammler als Passagier und ich war früher ein riesen aviatic nerd und das interessiert mich auch oder irgendetwas zu erzählen hat aber seht den aviatic nerd habe ich auch nicht gewusst ja ich habe eine weile für aerotelegraph.com das ist so in deutschland österreich und schweiz das grösste branchenportal also jetzt kann man sagen es sind die flugzeugfreaks aber er hat 1 million hits pro monat das ist ein grosses ding und dort habe ich die mal geschrieben und sogar Quiz gemacht und so und dort schaffen natürlich alles freaks die sich extrem für die aviatik interessieren und als ich zu deinem studio her gelaufen bin in der näche des flughafens dort fliegt sie sehr tief ja genau habe ich von früher noch gewusst oder so jetzt ist viert vor 1 jetzt kommt die mittag abflugs welle da ist in bangkok da ist in vegas da ist in san francisco logischerweise und den flieger habe ich alle noch gewusst wie der flugplan ist und das ist auch seit jahren um verändert auch jetzt nach covid ja also in viert ist wieder auf voll flug also us haben sogar einen super sommer und so ja und alle die die airline branche ist am arsch und so das stimmt überhaupt nicht und dass er und frau schweizer weniger fliegen wegen klimaschutz also wenn man so die zahlen anschaut das haben wir kürzlich auch besprochen alle reduzieren und das und jetzt fliegen sie wieder für 30 stutz auf barcelona also ja eben dort bin vielleicht auch von der technologie branche her ich kann mir es nicht vorstellen dass wir in 20 oder 30 jahren weniger fliegen wenn wir einfach mal ganz ehrlich sind dass wir in 20 oder 30 jahren weniger fliegen ich glaube nicht dass wir uns je wieder nehmen lassen dass wir theoretisch wenn man zum Beispiel zu grossen in Sydney hat dass man innerhalb von 24 Stunden zum grossen fliegen oder falls es etwas ist oder man sie besuchen will ich habe das Gefühl in der Welt hat es noch nie gegeben dass wenn man so eine Errungenschaft hat dass man plötzlich über den Kontinent reisen und so einfach und so komfortabel dass man sich das wieder nehmen lässt im Gegenteil ich habe das Gefühl was ich die ganze lese ist ziemlich zundert auch in der Aviatik zum wegkauf vom Kerosin oder ich habe das Gefühl in 30 Jahren ist es relativ realistisch dass man emissionsfrei oder praktisch emissionsfrei fliegt oder elektrisch fliegt oder mit Wasserstoff Wasserstoff ist im Moment extrem teuer zum herstellen und gibt wenig Anlage also viel zu wenig elektrisch ist auf der langen Strecke nicht machbar im Moment weil die Akkus viel zu schwer sind aber ja ganz ehrlich der erste Automotor war jetzt auch nicht so das Beste war als die Autos rumgefahren sind wenn es so ist wie überall dann habe ich das Gefühl in 20 Jahren die Elektromobilität fein vomstern wie man früher gesagt hat im Radio und haben viele Probleme ausgemergelt ich habe das Gefühl es braucht alles nur schon die letzten 10 Jahre Tesla mal angefangen hat und heute wenn du auf der Strasse siehst so viele Elektroautos es braucht einfach alles Zeit und ich habe das Gefühl in der Aviatik ist es genau gleich und und sie schaffen an Zero Benzin und klar das muss dann für zwei Stunden mit einem sehr stark powerenden Auto funktionieren eigentlich gleich wie ein Flugzeug verbraucht das glaube ich ist gut möglich die synthetischen Treibstoffe die KLM der Line hat jetzt zum Beispiel so ein Werk eröffnet mit Solarenergie holst du das CO2 aus der Luft und machst Treibstoff draus das ist im Moment extrem aufwendig und darum auch teuer pro Liter aber das wird 100 pro möglich sein gut du kennst mich auch bei mir ist das Glas natürlich immer halb leer absolut ich bin natürlich immer Optimist in fast allem das finde ich ja grossartig ich glaube darum haben wir von Anfang eine Connection gehabt und ich finde auch immer geil wenn man grundsätzlich eine Begeisterung von etwas hat weil ich lasse mich auch gerne begeistern weil du auch gesagt hast wenn ich auf den Berg steigen dann finde mir ist jetzt auf grad eingefallen weil du gesagt du mittagsflugwellen und schnell glück und so ich bin kürzlich im klar aus gesehen und Sven Iwanic ist auch noch gekommen zwei drei Tage und irgendwann hat er gemerkt du hast für alles eine App und ich so wie meinst du also irgendwie wir schauen den Sternenhimmel an dann kommst mit irgendeiner App und sagst mal da das ist Jupiter und da haben wir den kleinen Wagen und dann zwei Sekunden später nimmst du ein anderes App und sagst was jetzt da durchfliegt der fliegt jetzt gerade auf Jakarta siehst und siehst das sind so sachen wo ich bei dir auch schnell gemerkt habe ich bin jetzt beim marine traffic angekommen marine traffic das bin ich noch nicht aber ich bin schon schritt näher weißt warum weil ich am rhein jetzt wohne seit einem jahr und ich wirklich 50 miter zum rhein und ich trinke oft meinen kaffee jetzt ist ein bisschen scheiss wetter dann bin ich nicht dem ganz so optimistisch unter kaffee trinken aber normalerweise nehme ich meinen kaffee mit und gehe hinein mache einen kleinen spaziergang der kaffee ist leer dann gehe ich wieder heim und genau dort parkiere die ganze Zeit so fluss 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 kreuz schiff und die sind wahrscheinlich auf der app drauf und da kannst schauen auf welchem land sie eingelöst sind das ist halt wie flightradar oder also ich kann es allen empfehlen aber flightradar das ist dann eben das beangstigende wenn du einmal ein bisschen rauszoomst und du siehst kein land mehr einfach nur fliege unterwegs und das ist natürlich etwas was stimmt der europäische luftraum ich bin letztendlich von hamburg zurückgeflogen von einem geschäftstermin und dort kommt am boden durchsage wir können nicht starten im moment der flughafen hamburg ist nicht das problem aber die europäischen luftstrasse sind voll und hat gesagt das sei ein witz oder die haben es einfach nicht im griff und das stimmt einfach nicht es gibt in der luft vordefinierte korridor wie autobahnen dort musst du sicherheitsabstand haben du musst im notfall wenn irgendetwas ist musst du auch alle flieger runter kriegen und auf einem flughafen parkieren und die Luft strassen in europa sind im sommer voll oder du kriegst die abständ nicht mehr und darum wirst du einfach vor europäischen luft kontrollen heisst nein du kannst nicht starten weil es ist zu voll das ist absurd oder das ist wegen 3 minuten zu lang fürs boarding oder das heißt jetzt haben wir es gerade verpasst und jetzt der nächste offene spot ist eine Stunde eine halbe also dort kann es sein dass du wirklich den slot auf dem Flughafen verpasst hast vom zurückstossen pushback und dann führerschieben und führerrollen oder du hast in den lufter slot verpasst und ich glaube einen dritten slot gibt es nicht mehr ich glaube es sind die zwei ich bin auch nicht mehr so up to date wie auch schon aber ja das ist wirklich interessant der Himmel ist voll und ja ich bin ehrlich gesagt auch der 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 braucht nicht jeden flug im Gegenteil und in Frankreich und so machen es sehr gut dort haben sie ein super hoch geschwindig netz djw und dort sind regional fliegen sie dann weg oder langsam und so wenn man so mit Augenmass dran geht dann kommt das schon gut ja ich finde zum ich bin nicht so nerdy aber ich finde für lange Strecke Zug fahren also jetzt habe ich gerade Shows in Berlin und fahre beide mal von Basel also von Basel hin und von Berlin zurück nehme Zug weil es ist ein direkter solange ich nicht umsteigen ist mir alles scheisse kann ja aber im Fall da bin ich voll bei dir wir sind in Copa Hagen mit Zug wir hatten wirklich Pech mit der Deutschen Bahn also Klischee ist erfüllt gewesen immer hast du wahrscheinlich auch schon ja eben drum solange nicht umsteigen reise in letztes auch eine gute Doku gesehen es wird auch in Europa also der Bahnmarkt ist jetzt auch liberalisiert und damals wo die Liberalisierung kam von den Airlines in Europa ist Easy Jack und Ryanair und so und dann ist eine richtige Energie in den Flugmarkt und darum kannst du jetzt auch jede Destination anfliegen und überall gut umsteigen und alles und und sie sagen die Liberalisierung vom Zug Markt und wenn dann auch noch gewisse Hochstrecken gebaut sind dann wird das in 10 15 Jahren viel angenehmer sein und dann wirst du dir gar nicht mehr überlegen wie jetzt schon eigentlich wenn du von der Schweiz auf Paris gehst würde ich sagen die Mehrheit mittlerweile mit dem Zug weil es angenehmer ist in den allermeisten Fällen und so wird das noch mit vielen Städten in unserem Umfeld glaube ich im Moment ist das Angebot einfach zu schlecht das ist das ist ja zum Beispiel ich habe es sicher schon in dem Podcast besprochen aber ich habe ein Ding gesehen vom Böhmermann über die Deutsche Bahn vor allem wegen dem 9-Euro-Ticket und all das Zeugs dass die Deutsche Bahn definitiv zu beschissen aufgestellt ist für die Preise die sie verlangen dass du als normaler Familienmensch nicht zu dir leisten mit der Bahn nicht mehr hinzufahren und eben dann Verspätungen und alles raus genommen du hast noch nicht das richtige Streckennetz es ist viel zu teuer im Vergleich zu wenn das Benzin zu teurer ist immer noch günstiger mit dem Auto und so weiter aber Frankreich ist nicht schlecht und ich bin so viele Sachen bin ich pro Zug ich liebe es zu fliegen vor allem Langstrecke und so finde ich sehr aber dass ich kann mit dem Gepäck in den Zug steigen und dass ich meistens am perfekten Ort aussteige und nicht noch 30 Stutze für überdürte Warn Sicherheitskontrollen oder gut Essen im Zug London ist immer 40 Stutze mehr mindestens weil du entweder den Gatwick Express nehmen und du hast noch mal eine Stunde und dann bist du mit der Zeit vor zu rechnen und ich sage ich schau jetzt in Berlin oder Hamburg oder was weiß ich vielleicht netto verliere vielleicht zwei Stunden aber weisst du was ich sitze ja nur dort ich habe meistens so so brennen immer kann etwas schauen kann penn kann aber auch aussteigen und etwas zu essen holen kann aber dort innen noch easy essen haben und so weiter und so fort kann mal telefonieren wenn es wichtig ist und ich habe nicht tote Zeit wo ich an einem Gate warten und nicht tote Zeit wo ich durch Kontrollen muss und ich komme in Berlin 15 minuten Fussweg vom quatsch komm die klub komme ich dort raus dann laufe ich mit meinem Gepäck zum Hotel wir werden uns wirklich noch an die Zeit zurück erinnern weil das ist der Startschuss zum europäischen Bahnnetz wo es richtig drauf hat im optimalfall unsere Kinder mit einem richtig guten Bahnnetz und auch in einer App mit einem Klick ein Ticket buchen das ist natürlich im Vergleich zu den Airlines eine Katastrophe nicht bei der Schweiz die SBB ist top aber wenn auf Barcelona ein Ticket buchst musst auf das Reisebüro gehen von SBB oder Ich habe das genau gehabt oder vielleicht gibt es mittlerweile etwas ich bin noch nicht ganz sicher aber ich habe es genau gehabt mit Faduz Faduz nachher habe ich München gespielt extra so mal geplant oder gefunden geil ein oben Faduz zwei über München da bist geografisch ein bisschen näher als von Basel super da habe ich gefunden ich muss jetzt das Bahnticket buchen also Faduz München ja ja ist schwierig nicht schwierig es nicht möglich gesehen krass ich effektiv müesse zu zu Reisebüro oder zumindest zu einem Schalter aber dann ist die Frage zu welchem gehst weil es war gesehen leichte stein österreich deutschland und sieben mal umsteigen und was weiss ich und dann bin ich nie rechtzeitig angekommen aber sepp bin ich überzeugt das ist in zehn Jahren kein Problem mehr und das war natürlich der shit wenn du so ein kontinentals streckennetz hast wo alles verbinden dass du wirklich sagst ich will dort an und dann funktioniert das auch mit dem app dann läuft also ich bin ziemlich überzeugt dass in europa wo so prädestiniert ist wo so viele riesen städte so nahe zusammen sind wir haben das gefühl berlin ist weit weg aber eigentlich ist nahe wenn man andere kontinente anschaut so prädestiniert wäre für ein richtig gutes Zugnetz und sobald der markt wirklich da ist und auch das netz ausgebaut ist und so kommt das 100 pro und wie gesagt dann werde ich auch noch so gerne mit dem Zug fahren es ist im moment einfach noch eine abwägungssache oder kostet absolut absolut ich habe einen der geilsten trips die jemals gemacht habe ist meine Mutter und ihr Mann haben früher in der Normandie gewohnt und da gehst du über Paris so da habe ich schon mal eine Nacht in Paris eingelegt einfach weil wenn du in Paris bist dann bin in Normandie und von dort bin ich zurück auf Paris und habe den Eurostar ja den gibt es sicher weiss nicht ob der dort fahrt wie heisst der französisch heisst der TGV ja aber es ist der wo dann auf London geht aha ja das ist der Eurostar genau der wo durch den Tunnel fahrt vor mich habe gedacht ich habe immer so ein bisschen angst also vom Zug drinnen oder was ist weltklasse alles alles die ganze experience weil ich dachte du bist 2h in einem tunnel der tunnel ist 10 minuten krass das wird ich auch mal machen das wird ich mal machen und es ist 60 Stunden zahlt oder so also du hast wirklich die vorreservierte Sitzplatz also es ist wie fliegen mit dem Zug und du bist irgendwie eine viertelstunde vor boarding musst du irgendwie beim gate sein aber es ist alles viel tighter vom Zeitplan und so und dann kommt der Zug dann gehst hanken auf du hast die tickets und dann hattest und es ist waldklasse weil du fährst so schnell und du bist nur eine viertelstunde in dem tunnel weil der kleine kanal ist am schluss wirklich das sind paar kilometer ich habe das Gefühl von paris auf london bis zwei stunden im tunnel und ich mit meiner claustrophobie und okay null null also ich werde in einem flugzeug wieder claustrophobisch cool aber das will ich auch machen nur schon das feeling dass du durch das Meer das ist wirklich krass und dann komme ich raus bei Kings Cross super dann bist du mitten in London aber ich sage dir das wird auch wieder in die Richtung gehen in Bond geschaut jetzt ist Jubiläum und jetzt kommen die Bond Filme immer Bond Jubiläum ja das stimmt ich finde alle halbe Jahre Bond Jubiläum aber ich bin jetzt einer von denen die Freude hat an den Jubiläum und dann ist ein relativ neuer gekommen wo sie in Marokko in der Wüste unterwegs sind im Zug und dann sind die natürlich im Anzug und sie im schönen Kleid und der Spiesswagen ist weltklasse oder auch beim anderen Casino Royale sind auch ich weiss nicht Casino Royale spielt irgendwie in Serbien oder so und dort sind sie auch in einem Zug gefahren mit Eva Green und in dem Zug ist weltklasse du kannst zu Nacht essen bist in schönen Kleider hast eine wunderbare Kabine aber check this out Christoph kannst mal nach einem Zug suchen shit wie machen wir das jetzt ich erzähle schnell geschichte zu ich habe irgendwie rumgezappt und dann bin ich auf NTV Doku oder nein Bild Doku bester Sender Bild Doku grossartig also logischerweise entweder der zweite Weltkrieg oder einmal habe ich eine ganze bin auf die ganze Serie geschaut von die härtesten Gefängnisse oder die grössten Megabauten und so Sachen und dann ist eines gekommen mit die tollsten Zeugen oder was weiss ich oder hey und dann hat meine Freundin und ich haben wir einen gesehen der durch Indien fährt und zwar wirklich durch ganz Indien und du kannst dann eben raus und das ist wie eine Kreuzfahrt aber einfach cool weil es im Zug ist ja und der Zug ist der shit oh mein Gott und das ist ihr grosser stolz aber ich weiss nicht wie er heisst ja das gibt die transsibirische gibt es ja die ist sehr bekannt oder und durch australien gibt es auch so einen Zug durch ja pacific irgendwas und das ist genau auch so oder dort ist Zugreise at its best ok sieht schon mal schön aus ja aber das sind Routen wir suchen den Zug an sich der heisst wahrscheinlich irgendwas express geh nochmal zurück geh nochmal zurück und zwar der maharaja express dort unterschlägt das vor ja mit die andere suchten auch nach maharaja express ahja the world's best luxury train ok ohne scheisse das ist wirklich das ist besser luxus kriegst nicht an ja schau mal die weg genau was ist das noch holz ah nein nein ist schon hey und das restaurant sieht abartig geil aus schönes doppelzimmer im zug weisst du nicht auf schau mal ok kostet bis etwas man bleib schnell was sechs nechth sieben tagen 7380 dollar und klar pro person oder das ist jetzt eben gerade frage weil wenn du überlegst dass du eben dreis jahr schon inbegriffen hast ja ja natürlich und du siehst natürlich alle sehenswürdigkeiten und dort ist in der Eintritt oder so genau sie holen die sie holen die dann am Bahnhof ab und bringen die zum touch mal schau mal die zählen wir an das ist doch wild in dem moment wo ich spüre dass meine midlife crisis kommt muss ich so etwas machen oder irgendwie mit dem maharajah express ich war genau da mit den langen haare genau da ich weiss nicht ob wir das niveau von konversationen hätten man muss dann auch niveauvolle konversation aber sie haben im zug spezielle öbe irgendwie wie das alles gefüttert ist und so das ist weltklasse und irgendein topkoch und der holt dann wirklich auf einem lokalen mark holt seine zudaten sagt immer auf der reise immer wenn wir dort sind holen zudaten für das money vom nächsten tag und und zwar für hunderte von gästen du musst jetzt schauen dass du kannst eine comedy show spielen auf so einem Zug und dann daneben noch mit fahren ich bin schon einen schritt näher und zwar werde ich wahrscheinlich auf so einer fluss kreuzfahrt und das dauert nur drei tage also ist top ist doch super das ist sensationell und dann gehst du wirklich bei mir daheim vorbei gehst du auf Strassburg und dann ist bei dir der Wohlstand ausgebrochen dass du jetzt am Rhein wohnst 50 m von ich habe keine Rheinsicht ja aber du hast die Sicht nicht das war dann ein Unterschied aber was ist das in Basel ja in klein Basel traumhaft cool ja top ja das ist nicht gross sehr klein ok aber ich habe mir vorgestellt jetzt habe ich über 100 Podcast Folgen in der Comedy läuft es mir auch gut jetzt habe ich so ein kleines Häuschen wo dann so direkt ausläuft wo so einen kleinen Strand hast am Rhein und so ich kenne Wohnungen und ich kenne so Häuschen es ist definitiv nicht klasse es ist wie eine grosse WG eigentlich unser Haus sind alles so kleine Wohnungen es wohnt eigentlich niemand zu über 40 dort und irgendwie klar wir haben jetzt einen Haus und so und du hast wirklich das Gefühl du hast einfach dein Zimmer in diesem riesen Haus so dein Abschnitt am Eistrand oder 50 Meter ok darum habe ich überhaupt keine Einsicht sondern es ist noch eine Häuserei davor schöner Garten und alles tip top das ist schon cool so das Gewässer ja von dass es so hoch ist also weißt irgendwie was du hast gehabt bei mir gesehen irgendjemand ist auf Besuch gesagt völlig vergessen dass das so nah ist dass es reingeht ja wow voll geil cool der hat schon gut Basel hat eh viel Grünfläche und auch in der Stadt finde geil aber das Wasser hat schon etwas extrem Beruhigendes also es ist nicht ganz Natur Natur dass du abschalten aber aber ein riesen kreuzfahrtschiff gesehen dann ist lustig ich kann in Basel gar nicht mitreden in Bernd studiert und in Zürich studiert und dann kennt man halt stet wirklich und du bist auch ja und ich bin auch noch vom anderen ecken und so oder klar und ist so lustig Basel kann ich wirklich nicht mitreden Luzern noch eher mal da und Basel bin ich vielleicht zehnmal und dann kennst du etwas einfach nicht weisst wenn einfach so schnell irgendwie geht event moderation oder so irgendetwas in irgendeiner messhalle genau ich kenne Basel aus der Tagesschau und dann kennst du halt eher so von den riesen Pharmafirmen wenn es wieder so ein neues wie sagt man campus sagt man dem glaube so neudeutsch oder wenn es ihren campus eröffnet und so bin immer hoch beeindruckt das hat so eine donut was weiss ich ja das habe ich das ist super freaky und sehr oft sieht es wahnsinnig geil aus weil es hat so verschiedene animationen und was weiss ich finde auch dort können sich Architekten wirklich austoben weil genug Geld dahinter ist und dann kommt halt auch etwas gut raus meistens vor allem weil ich das Gefühl hat denen ist scheisse egal die winken es einfach durch ja mach mal ja genau ich glaube es ist ein riesen Unterschied ob du jetzt ein familien baust nein aber ich will da ecken so und so das soll keine rechte ecke sein das muss ein bisschen weiter offen sein und die sagen hey mach mal in so convention center hast das gefunden christoph ich weiss nicht wie es heißt Novartis Novartis Neubau whatever ja sonst mal von wo ich bin von Trimmis ursprünglich wie heisst das Trimmis Trimmis mit zwei m ok was ist in der Nähe wo ich kenne was ist 6 km von Chur es zwischen Landkart und Chur du fährst immer vorbei ja das ist ja mein andere solo auftritt da bin in Chur ja wo bist da in der Werkstatt ja das ist cool das ist waldklasse die Chur wie keine Ahnung das Kulturlokal Nummer 1 von Basel für Basel ist ja es ist die coolste Location ja ich finde auch ich finde auch Chur nach wie vor gut für Ausgang weil ich bin letztens wieder mal gewesen gibt es Selig noch ja genau Selig weiss jetzt nicht ob es noch gibt ich bin vor zwei Jahren das Mal ich nehme es an was hat es immer gibt wahrscheinlich wird jetzt nach Hause kommen weil ich nicht mehr weiss ob es Selig gibt oder nicht nein aber Churausgang der Vibe ist immer noch gut alle kommen aus dem Täler am Freitagabend zusammen nach Hause und dann gibt es unaufgeregte Ausgang und dann gibt es auch die Eskalation ist und so das gefällt mir nach vor die Hose habe im Outlet Landquart gezogen sorry nichts gegen das Outlet Landquart ich habe mich komplett einkleiden lassen für Lederhosen äh Hörbli es hat Trachten Trachten Outlet es heisst sogar Trachten oder keine Ahnung wie es heisst das Erste von dem ganzen Dorf Ich bin nicht verbandelt mit denen und wir machen keine Videos und so für Firmen aus für die Riesen Empfehlung Ich bin dort reingegangen und ich habe das erste Mal in meinem Leben gehabt der dort drin ist wo auch schön in Lederhosen und allem ist top gestylt ist herrkamen Servus was brauchst habe ich gesagt das und das öppen die Preisklasse das Erste wo er mir herrleit habe ich gesagt das ist perfekt ich kann gehen gib mir einfach den Anstand halber noch andere Schuhe zu probieren und noch das schnell und so aber der Service dort drin und natürlich ist auch der Effekt ich habe mich selber noch nie in so Kleidern gesehen und es ist einfach geil in den hohen lederhosen zu ziehen und das ist richtig ein geiler Shop hey das Dorf ich meine ich für meine Verhältnis früher hatte ich ein Interview bei Eresow Radio Grisha dort habe ich angefangen mit 14 dort hat es noch Wurzeln ja das Radio Grisha das Radio von da genau das ist immer noch der Claim aber es ist jetzt halt Eresow Südost Schweiz ja aber was mit den Hosen und was hast du erzählen und dann habe ich noch mega viel Zeit und habe gewusst ich gehe in einen Kaffee und arbeiten und so und bin los gefahren und dann bin ich in das Fashion Outlet Village und das muss ich gesehen haben und hat man hat es nicht bereut hat man auch Drehbüli und die Hose und hat Top Show gegeben um die Show zu starten weil ich erzählte euch auf Radio und los gefahren mit Maut und habe gesagt ich bin in einem Dörf gelandet so schön wie Postkarte und alle wirklich zuhören und denken oh was kommt jetzt und danach sagen ich probiere mich nachher zu erinnern irgendetwas mit Outlet das haben sie super lustig ich liebe ja das ist mein wie will ich sagen mein Mittermeier Trauma den ich früher hatte und der Mittermeier hatte eine halbe Stunde über die Schweiz wenn er nicht mehr auftreten ist und zwar aktuelles Zeugs Killer Weltklasse und als ich angefangen dachte ich das muss ich auch machen das will ich auch machen und dann spielst du eingenehm in Trimmis dann habe ich eine Woche vorher habe ich ein bisschen News lesen das Problem ist es kriegt ja keine Sau dort mit dann kommst du und sagst hey die wir haben zwei neue Bankomaten und die so was war schon niemand an der Gemeinsversammlung wir möchtest das wissen ah shit dann habe ich gemerkt man muss es so ein bisschen ein bisschen ein grösserer Kontext nehmen und darum habe ich dann über das über das Coop Restaurant Landquad und natürlich über die Stadt geraten und dann hast du eine Minute etwas erzählt und die Leute sind sofort da ich kenne es ja nur aus dem Publikum weil ich viele an die Shows ausgeholt weil unsere ganz Bekanntschaft gefüllt ein bisschen kommende Macht und ich finde das Weltklasse wenn du lokal einsteigst der Witz muss für mich nicht mal gut sein sondern es ist dann einfach das Commitment von der Person die herkommt ich spiele nicht einfach eins zu eins mein Programm ab sondern ich möchte euch zeigen es bedeutet mir etwas auch wenn es etwas kleines ist es bedeutet mir zum da sein und das finde ich cool es ist ja wirklich meine extra Meilen im Optimalfall gibt es Themen wie der Wolf im Wallis dort ist alles lustig per se weil es so ein hin und her ist und da gibt es auch Themen die immer wieder sind so und Lichterstein ist auch einfach gesehen ja was hast du erzählt dort konnte ich nicht kommen ah wie ich Schadler angesagt habe er ist vom Lichterstein das heisst da sind alle irgendwie verwandelt ja klassiker oder genau und dann nachher so was ist noch gesehen der weiz gemacht man übrigens auch mit Graubünden und jedem seiten den verwandt könnte man in allen Gegenden der Schweiz machen also in Basel kennt sich auch jeder so in den Quartieren das ist wirklich etwas wo die Städter ein bisschen assi sind wenn man so als Bündner aus den Bergen ich bin ja nicht mal aus den Bergen das ist ja ein Tal wenn man dann in die grosse Stadt kommt dann tun die immer alle so cool ja weisst du in der Stadt läuft alles ein bisschen anders und so und das kann ich jetzt wirklich sagen in vier Jahren in Bern gewohnt und vier Jahre in Zürich und wirklich City Center und dann sagt sie ah kennst du Kurtin ja nein und wenn du dann drei Jahre dort bist und in den gleichen Laden einkaufen das ist nicht wie auf dem Dorf es ist einfach es ist einfach theoretisch hättest du noch eine Stadt wo du viel mehr kannst kennenlernen aber du tust es nicht du bewegst immer auf den genau gleichen Meter in dieser Stadt darum habe ich ja das Gefühl mir kalt die Ecke auf den Kopf wo ich so anfange Mitte 20 mit Basel da habe ich so gefunden fuck ich bin weg von hier weil eben klar du bewegst dich in deinen drei Ecken und dort sind immer alle die gleichen Leute und ja du gehst in die gleiche Bar rein und du wirst beobachtet und er wird gelästert über dich und so aber das Stimme ist das ist ja sogar in New York ja oder Paris oder London oder was da immer für eine Metropole ist genau das ist sogar dünn und das ist wirklich zum alle Berglerinnen und Bergler motivieren wenn ihr in die Städte geht lasst euch nicht zu viel sagen die Wahrheit liegt wirklich genau in der Mitte ich musste lernen und umgekehrt ist es auch oder für die die von der Stadt auf das Land gehen und dann alle Klischees vom Land und zu euch stimmt auch nur die Hälfte ja aber Leuchtenstein hat schon sehr wenige Einwohner also ja Leuchtenstein hat irgendwie 40'000 ja 38'000 40'000 genau ja das ist etwa die Stadt Chur eben genau also die Stadt Chur wird wahrscheinlich mittlerweile ich glaube wo ich jung war ich war irgendwie 35'000 jetzt wird es auch 40'000 genau ja aber im Fall ich sage dir eines es ist cool es ist kultig und ich habe die Leuchtensteiner mega mega gerne gekriegt weil sie lachen noch ein bisschen zumindest die die ich bis jetzt kennengelernt habe noch ein bisschen mehr über sich selber als die Schweizer ah ja die Leuchtensteiner haben einen guten Humor und ähm sie haben noch ein bisschen mehr Geld als die Schweizer auch im Durchschnitt und das macht auch ein bisschen lockerer noch ah ich kenne es andersrum ich kenne Leute die dann sehr unentspannt werden weil sie eben so viel Geil sind ja vielleicht kenne ich jetzt auch selektiv Leute ich weiss es nicht aber die die ich kenne mega geil ja und ich fühle mich mega wohl und ich fühle mich wahrscheinlich auch mega wohl weil es ist einerseits ja auch eine Landesgrenze aber andererseits ist es ja in dem Sinn ein Rang weiter als drin ist ein Tal weiter ja und ich habe jetzt das Gefühl Landesgrenze sind auch nicht mehr das was sie mal gewesen sind nein das ist natürlich auch für den Komiker sind das natürlich auch die grossen Sprache ja das stimmt ja absolut irgendwie Netzschmarot so ich weiss bin ich zu schauen gesund danke äh Kayayana ist sie ja in in Scharnischer Auftritt ja und er hat auch ein paar Gags zum Lechtenstein gebracht und du hast auch gemerkt wie der Mittermeier noch wie sagt man dem alten Schule ich kenne mich nicht so aus in Comedy aber einfach bam 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 das Publikum hatte ja und nach zwei Minuten hat er eigentlich hat er alle können wie Marionetten nur noch bespielen oder ja ja und da habe ich hoher Respekt weil so etwas das finde ich wirklich hohe Kunst ja das finde ich wirklich so in der Komödie oder auch die wo so Vorträge haltend weisst du die wo die Leute wirklich so packend ja und natürlich ist es völlig berechnend weil die Profis sind und wissen genau in dem Zeitpunkt habe ich sie sonst bringe ich noch den dann habe ich sie sonst bringe ich noch den und dann habe ich sie und spätestens dort habe ich sie äh finde ich cool da habe ich nach wie vor sehr hohen Respekt ja ja du siehst ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen von einer anderen Seite oder ja weil also das ist ja auch toll wenn man in eine Comedy-Show geht schauen dann überlegt man ja nicht über solche Dinge nachher sondern eben aus irgendeinem Grund kann man danach sagen wow ich bin von Anfang an dabei gewesen oder das kannst du schon sagen aber du kannst vielleicht nicht sagen warum so und du siehst wahrscheinlich eins zwei weiter dass du kannst sagen ah ich sehe was dort passiert ist und warum ist das dort so genau aber im Fall ich habe dort noch so eine angenehme Ebene an Professionalität wo ich noch draus komme bei Comedy-Shows ja weisst du so die Tricks wo ihr alle machen und die so oder sie reden immer da bei uns die Comedy-Männer die ja bei uns in der Firma aufzeichnet werden reden sie immer davon Timing ist das Wichtigste ja und dort wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht oder das wo du alles weisst was eben das Timing ausmacht und wenn was und so dort hört es dann bei mir schon irgendwie so ein Grundwissen aber das minima Grundwissen in Comedy ich finde aber Timing ist auch äh 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 es ist der alte Witz es ist der alte Witz was ist das Wichtigste bei Comedy ja Timing äh blablabla ähm sprich ich habe es sogar falsch erzählt ich glaube du müsstest mich fragen aber ich habe ihn auch so lustig gefunden ja du weisst ich nimmt mich auch gerne aber ich gehe die Shows mit weil ich lache sehr schnell ich weiss noch ich weiss noch bist du mal mit mir an einer Show gewesen von Charlie von seiner Premiere ich weiss nicht ob du nein ich glaube der Rotmund ist dabei gewesen wir sind mal also wir sind mal nebeneinander gesessen ja doch glaube ich beim Büssi ja und ich lache wirklich und beim Charlie im Kaufrund bist du glaube ich auch richtig genau dort ja da hat sie so verrissen die ganze Zeit ja dort habe ich wirklich die zweite Hälfte in ihrem Programm keine Ahnung es ist wahrscheinlich vor drei Programme gewesen oder weiss auch nicht was und dort habe ich wirklich das Höhe vom Jahrhundert gecountet ich habe mich nicht mehr gefangen ja und ich glaube von dem her ich bin recht begeisterungsfähig auch in der Comedy schnell und sie ist auch super gewesen also mal abgesehen von dem aber jetzt so nachdem ich zehn Jahre Comedy mache und irgendwie seit über 30 Jahren Comedy konsumiere und ab jetzt studiere sozusagen muss ich sagen Timing eben Timing wird einfach gern gesagt aber Timing Timing ist nicht etwas was man definieren kann ja und ich habe gemerkt zum Beispiel was ich viel wichtiger finde wenn ich jetzt auch sorry wenn ich jetzt auch irgendwie Regie gemacht habe und so ist Timing heisst einfach eben klar ein bisschen Gespür kriegen das ist halt wirklich ein Gespür darum kannst du es schon schwierig jemandem beibringen sondern du hast das Gespür oder nicht aber du zum Beispiel weil du Moderationen gemacht hast am Radio und auch live du hast auch ein Timing jetzt ist sicher die Frage könntest du das umwandeln auf Comedy aber du hast auf jeden Fall das Gespür ja okay weisst mit dem Gisler haben wir auch mal darüber geredet am Radio auch mal kurz still sein oder das ist auch Timing oder weil du bemerkst ich habe jetzt gerade eine Info rausgelassen das kann man auch kurz setzen und so Sachen und dort habe ich gemerkt was ich fast wichtiger finde ist was die Leute als Timing definieren ist zum Teil auch und da wird es jetzt sehr Korinther kackerisch Pacing ja Pacing ist etwas anderes als Timing ja das musst du erklären genau Timing ist meistens in der Definition ich mache den Aufbau von einem Joke jetzt kommt der Joke so oder das ist ja eigentlich das Grundsatz aber Pacing ist viel mehr auch eben eine Pause setzen lassen wenn jetzt gerade nicht der Joke kommt und wenn du auf der Info rauslässt und gewisse Sachen erzählst du ein bisschen schneller ähm und andere Sachen erzählst du aber bedachter ruhiger und das wird oft dann auch noch als Timing genannt aber weil ich weiss glaube was du meinst es gibt doch die Witze und das finde ich fast die Beste die so aufbauend 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 und dann kommt Pointe ja und dann grölen die Leute ja und dann sagt der Comedian oder die Comedian noch ein Wort und dann grölen die Leute mehr ja und dann vielleicht Satzfragmente und dann grölen sie noch mehr ja wie sagt man denn denen die so noch mal in sich aufbauend und immer noch besser werden also die die dann quasi nach dem Punchline kommen das sind Tags okay so heisst es offiziell okay quasi eben du hängst noch dran und du hängst noch mal dran oder du tust immer noch mal einen Tag dran und wie viel hängt man dran drei völlig egal aber was ist so das Maximum was du machst hey ich lustigerweise denke nicht in den okay in den Schematen ja okay also darum ist es schwierig zu sagen ich mache es wirklich nach Gefühl und danach kannst du nachträglich lese ich irgendwie ein Buch über Comedy-Theorie aha dort habe ich in dem Fall vier Tage gemacht weißt du so aber eben du schaust ja auch viele andere Shows und so und in dem Sinn kriegt man die Theorie ja immer unterschwellig auch von anderen Künstlern mit oder nicht ja und vor allem wirklich durch die durch die eigene Erfahrung also es ist wirklich kann ich einfach analysieren wie es bei einem selber jetzt irgendwie ist und dann kann man noch sagen ah dumm ist etwas anderes ah das machen wir vielleicht so und und viel entsteht durch das auch und ich weiss noch wie ich früher noch effektiv geschrieben habe und dann habe ich so gefunden ich schreibe jetzt irgendwie über das und das und dann habe ich wie so drei Optionen gehabt den Joke zu beenden weißt du und ich so oh shit welches nehme ich jetzt und so und dann das ist dann eben zum Beispiel ein perfektes Beispiel für Tags das heisst hey wahrscheinlich ich bringe einfach alle drei weisst wenn es so einen aufgeht und zwar zerst das und dann das und dann so und dann finde ich wirklich so dann hast du das Publikum wie gefangen oder es sind alle so am Brusten unten dran und du vermutest oder du siehst so ein bisschen im Gesicht so oh vielleicht bringt dir noch einen der noch lustiger ist als das und dann explodieren die Leute noch mehr und dann kommt noch mal einen und du hast ja die Texte dort hast du ihn sogar sehr definiert und dann lernst du aber wenn du ihn einsetzt und zwar machst du einen Satz und sie lachen und die ersten zwei drei Mal machst du den nächsten Satz im Lachen und merkst du auch ohne Mikrofon und nichts die haben das jetzt gar nicht gehört und so lernst du das schon mal ein bisschen grundsätzlich aber du siehst dann auch ich glaube jetzt ist sie dann wieder Comedy Nacht XXL im Deutschen und du siehst immer gerade wenn dort Leute auftreten die noch nie richtig grosses Publikum gehört haben dann ist es nicht das beste Set weil es sind 13.000, 16.000 weiss auch nicht wie viele Leute und es werden immer tausend ein bisschen lachen und wenn sie dann anfangen die abwarten dann geht es auseinander also eben vor allem wenn du es dann als YouTube Video schaust bist du so huu sehr zack aber ich glaube so Sachen das würde ich noch spüren jetzt oder das geht noch so unter mein Basis gewisse Comedy aber zum Beispiel was ein Peach Weber mit mir macht er schliesst sich mir nach 33 Lebensjahren ja das ist die fucking Magic of Peach Weber schon oder? weil ich weiss noch wir sind nochmals zu langwart im Forum im Rueh und das ist jetzt ohne Witz 15 Jahre her oder so oder? und dann denke ich jetzt gehe ich ihn wieder mal schauen und das ist das letzte Mal gewesen jetzt muss ich wirklich wieder mal gehen und dann hat er so leicht Verspätung gehabt zwei, drei Minuten vielleicht macht er es auch extra eben ich weiss es nicht was der alles für Magic macht und dann kommt er raus zu laufen und dann schaut er so ins Publikum auf seine Art ich weiss gar nicht wie man das beschreiben kann und dann lachen die Leute einfach oder? und dann sitzt er ab und sagt ich habe ja noch gar nichts gesagt und dann verjagt es die Leute oder? und ich nehme an er hat das auch er hat das einfach er hat das irgendwann einmal gemacht und so aber dort ist das alles so gut und trotzdem wirkt es noch natürlich und trotzdem hat man noch das Gefühl er hat einen riesen Spass daran oder? wir wissen es alle einmal hat man einen besseren Abend einmal nicht und so aber ich nehme immer noch das Gefühl ich nehme es ihm immer noch ab und dann sind die Witzli wie er es aufbaut und so also es ist krass das ist eben das ist ein anderes Universum eben dort fliesst all das Zeug dann zusammen natürlich das ist ein eigener Planet das war richtig geil das finde ich cool ja ich erzähle dir nachher noch eine Geschichte von Peach Weber ich werde sie auch irgendwann in einem Podcast erzählen ich weiss dass ich sie jetzt noch nicht erzählen das so als schönes wieso wird sie noch Sperrfrist das so draus quasi ja so als schöner Schlussteaser okay für irgendwen anderen hast du noch das Novartis Ding gefunden damit wir noch ein bisschen die Werbung machen für die Farbe weisst du das da ein Neubau für die Wunder der Medizin der Pavillon yes schau mal das Ding an schau mal das Ding an das steht jetzt schon ja aber artig oder und das hat wirklich noch so LED Schüssel denen keine Ahnung das interessiert mich nicht mal ich sehe sie immer nur von draussen ja ähm Pavillon heisst es ja okay und das hat wirklich vielleicht findest du noch ein Beispiel wo das irgendwie animiert ist oder so das ist insane ist das bei dir auch eine Alterserscheinung dass du dich mehr für Architektur anfangen zu interessieren ah ja natürlich schon ah ja das habe ich im Fall nie gehabt und ähm letztendlich habe ich Skyline von London wieder gesehen mit dem mit dem komischen runden Gebäude in der Skyline ja 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 und daneben dann die die Kubischen und so und haben gedacht so boah ja weisst das kommt ja natürlich dazu irgendwann hast du auch wirklich Architekte Architektinnen in deinem Umfeld ja genau und und dann huckst du irgendwie keine Ahnung huckst du in irgendeiner Beiz ja ja dann sag ich sie komm hast du hier mit dein Kollege von meinem Freund kommst du hier mit schau mal weisst du wo mich so geil findet wegen dem und da und so und dann schaust du wirklich so einen Gang an und bist so aha 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 okay wow schau jetzt hier schau mal ah ich dachte das ist weiter unten Tele Basel ja ich glaube du hast eine gute Animation schau mal es ist insane ach du krass schau jetzt schön am Rhein oh oh ich sehe das so futuristische Scheisse oh mein Gott ja ist cool hey und es hat wirklich x verschiedene ja ich kann alles machen also wahrscheinlich könnte ich irgendwann mal Wärmefläche buchen und darf mir ja mit Gesicht riesig weisst du was das Frugte ist ich bin letztens bei einem bei einem Kunden von uns gewesen ähm und die haben auch ein relativ fancies Gebäude ja und dann hat mir einer gesagt von einem Manager dort es ist gar nicht immer ein Vorteil weil du hast Kunden die dann reinkommen und sagen aha ihr verdienen da so gutes Geld ihr könnt da so ein riesiges Gebäude machen und das alles muss ich auch nicht mehr unbedingt noch zu euch kommen ja ja hast du mal so etwas wo ich nie gedacht hätte dass das äh vor Relevanz könnte sein oder so aber es ist ja aber es äh es ist wichtig was du für ein Büro hast ja oder aber ich glaube ich glaube jetzt da ist es wie egal wahrscheinlich ich fahre von einer Lobache der Karra läuft ist besser denn je scheissegal die Leute werden älter und kränker wie noch nie zuvor das läuft und es gibt immer irgendetwas wo man kann ah da haben wir noch etwas drum ach so hey gute eineinhalb Stunden haben wir gemacht cool ich glaube wir lörens also es ist mega angenehm das Gast sein bei dir das freut mich es ist mega angenehm also ich hoffe ich bin nicht der erste war das gesagt aber es ist wirklich sehr angenehm also so öffentlich im Podcast nein es ist jetzt wirklich sehr smooth gewesen und auch das Gebäude wo wir da sind ist es ein Erlebnis und der Flugcafe ist auch nicht der Nähe also mir hat es viel Spass gemacht das Gebäude ist eben eins wo du sagst ok da muss ich noch zum Podcast ja also du hilfst mir also für alle zukünftigen Gäste es ist nicht wie sagt man es ist nicht das geruselkabinett aber es ist es ist weird was da alles für Lädchen drin sind und so also überhaupt nicht schmuddeliges oder so aber es ist einfach nicht ein Einkaufszentrum wie man es kennt definitiv nicht gut ich glaube wir lassen es so stehen absolut gut schönes Schluss danke alles Liebe viel Erfolg merci und danke Christoph danke fürs Zulösen schauen whatever peace